hallo herzlich willkommen hallo liebe youtube community ich fahre heute in die stadt nach hannover und habe extra gutes wetter bestellt damit das nicht so scheiße aussieht und hier ist die bult ein fußballplatz wie man vielleicht auch sehen kann gestern hat deutschland verloren deswegen ist heute auch nicht viel los em verloren vielleicht ist auch gut dann was zu sehen ohne viele leute vielleicht ist es auch langweilig mit wenigen leuten mal gucken ganz neu hier irk so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo? Ja, schön grün in Hannover, vor allem in den Vorrotten, das macht Spaß und tut der Seele auch gut. So, hier kommen wir langsam Richtung Stadt. Tag 7. Kerstoff. Tag 8. Tag 8. Tag 10. Tag 11. Tag 11. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Jetzt fahren wir richtig hier rein GmbH im Auftrag des WDR 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 Bis zum nächsten Mal. Oh, hier wird gebaut. Schade. Schade. Ist das Klavier noch da? Ne? Hier stand ein Klavier. Untertitelung für funk, 2017 Hier ist ein Wichterfolgung für die Aufwahlung über die Erzählung des Nachwahlsbeiratens und die Überraschung der Weltmeisterung. Darum darf es wirklich ein Wichterfolgung für die Stadt nationalen Aufwahlung des Friedrichs- und Friedrichs- und Friedrichs- und Friedrichs- und Friedrichs- und Friedrichsburg. Alles klar, ganz schön! Das ist ein Wichterfolg. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Hier war ich noch nie Was ist das? Baden verboten Auch nicht schlecht Gut Hier einmal durchfahren Oh, gerade grün Oh, gerade grün Was? Da oben langgefahren? Wunderschönes Wochenende So Jetzt geht es wieder raus aus der Stadt Ein bisschen filmig noch dabei So Jetzt fahren wir noch ein bisschen zurück Das war die Stadt, der Bahnhof Und hier ist jetzt die Südstadt, die kommt Ja, grün Ja, grün Ja, grün Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020